ARD Text im Auftrag von Funk Es gibt insgesamt zwölf Durchgänge Leute und jeder hat dann immer zwei Versuche ja Am Ende derjenige der mehr Karten trifft hat die Challenge gewonnen Leute Man kann Freischüsse machen, man kann natürlich auch Volley´s machen, Trickschüsse, alles drum und dran Ich würde sagen Leute wir beginnen direkt mit dem ersten Schuss oder? So Matti, mit welchem Spieler wollen wir anfangen? Nein, ganz getötet mit Robertson Übrigens Leute, der andere darf dann immer die Position bestimmen Unten links Robertson Matti, wieso läufst du von links an? Machst du Rabon oder was? Du bist ja richtig der harte Kerl geworden seitdem du Seiten auf Syfra hast Alter Das ist Mitte, Digga Ich zeig dir, wie es geht Ja, Bro Break your legs Oh Gott, Alter Ey, ich hab echt fast meine Füße gerochen, komplett rasen Wir lassen das lieber mit dem Trickschiff Boah Oh Robertson Gott mir Oh mein Gott, oh mein Gott Das ist einer, oder? Oh mein Gott Oh mein Gott Robertson Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, Alter Du musst Lappentau machen, aber Ball muss trotzdem ins Tor reingehen und am besten mittig Jetzt fang ich an diesmal Also Leute, mittig, natter nach unten, easy Ich mach Vollspann, Bro, damit es nicht knallt Halt War nicht schlecht, nicht schlecht Ohhhh Ohhhh Let's go Ich kann mich nicht ernst nehmen, weil sowas ist Eins, eins Mati, welchen Spieler willst du jetzt, Digga? Ich mach keine Foxen, ich nehme jetzt Messi Messi nimmst du? Sofort Run Wo ist das, Messi? Ja Muy bien Ok Herausforderung angenommen Mati ist natürlich links Fuß bei ihm wird jetzt geil aussehen Ok, komm Mati, oben links Oh mein Gott, Mati Ey Leute, was ist los mit meinen Schüssen zu zahlen, Digga Der war so gut Oh mein Gott, Mati Der war so knapp Also ich will nicht sagen, meine Pistole ist schon gut Ohhhh Messi, gönn doch mal, Alter So wie bei mir, Digga Wie bei mir Bisschen, Digga Wir waren beide so knapp dran, aber leider hat für uns niemand Messi getroffen Aber Glückwunsch an Pro uns War wieder komplett Das ist Totti Das ist Totti Nein Nein Ohhhhh! 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 Bahhhh! Ohhhhh! Ohhhhh! Ja, ja, ich bin die größte Legende, was Toll-Sky-Facts angeht, Digger, Süd, Süd. Nächster Spieler, De Jong, unten rechts. Oh, nee. Ja, ha, 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 ha. Fast schon mal, Digger. 2-1 für mich, Leute, wenn man direkt die Karte trifft, dann hat der andere gar nicht die Chance. Deswegen, Matti fängt jetzt wieder an. Am Anfang treffen ist immer ein Vorteil. Okay, Leute, ich will jetzt das Licht haben. Halb hoch links. Ja, super, Alter. Jetzt sind wir im Flow drin. First Drive von Matti, 2-2. Ja, ja, das ist einer! Das ist einer! Ja! Oh, oh! Ja, De Jonger! Ja! 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 Du bist becker! Ja! Spass! Okay! Ja, 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 ja! Und ein paused?! Jaaa! Nummer 4! Intelligenter Punkt! 3-2 für mich, Leute. Nächster Spieler? Halb-Hoch-Mitte, Arnold. Schon wieder Liverpool-Spieler. Ich will den gar nicht treffen. Bollé! Einmal Messie getroffen. Bollé! Hauptsache, jetzt treffe ich oben rechts im Winkel. Oh mein Gott, Totti! Totti, England! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Totti! Oh mein Gott, ich habe einfach eins noch aufgemacht. Matti hat wieder ausgeglichen. Ja, war zu easy. Nächster Spieler machen wir jetzt. Mané. Oben rechts, aber nicht ganz kreuzig. So ein bisschen links versetzt. Ja! Ja! Let's go! Ja! Heute ist irgendwie mein Tag. 4-3. Matti ist langsam unter Druck. Keine halben Sachen. Ronaldo sofort oben rechts. Aber perfekt oben rechts. Ronaldo! Huuu! Huuu! Sui! Huuu! Das ist mein Spieler, Bro. Krankenwagen! Alter! Leute, wie krass war der bitte ins Kreuz? Der hat sogar ein Lappenkreuz. Du hast die Brühe gleich, gell? Daumen nach oben, lass die Like sprengen dafür. Lass es, warte mal. Lass es. Ja! Ja! Nein! 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 Sui! Sui! Was geht dir ab, Digger? Was geht dir ab? Oh mein Gott, das ist ein ... Ja! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bro, wir machen jetzt meine Spezialdisziplin. Wir machen nochmal oben links, aber nicht komplett ins Kreuzegg, sondern ein bisschen versetztbrechen. Oh nein, ein bisschen mittiger. Jaja, für De Bruyne. Den würde ich auch gerne haben. Ja, den will ich auch haben, aber... Ich werde jetzt angefeuert von da hinten, Leute. Ey, ich habe langsam keinen Bock mehr. Matti ist gerade so drin. 5-4 für ihn. Jetzt mit beiden. Ja! Das ist einer! Das ist einer! Das ist einer! Oh! 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 Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist einer! Mein Problem, Bruder! Ich würde sagen, Kante machen wir jetzt. Mitte oben. Gott sei Dank, Latte. Zu weit unten. Wir machen aber von der Mittellinie. Oh mein Gott! 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 Wir machen den Blick dran. Mitte unten. Wir machen aber von der Mittellinie. Easy Leute! Okay! Okay Leute, ich mache jetzt schnell den Messi, weil 6-5 ist mir zu knapp. Ich will Messi haben. Alles oder nichts, der, der jetzt Messi trifft, hat das Video gewonnen. Übrigens, vielen Dank für den Support bei der Fußball-App, Leute. Im App Store einfach Platz 1 Sport-Kategorie. Und zur Feier des einwöchigen Launches habe ich für euch ein Promocode klar gemacht. Und zwar Visca Barca 20 für 20% beim Jahres- und Monats-Abo. Beim Jahres-Abo seid ihr dann nur noch bei 2,50 Euro im Monat. Gönne euch auf jeden Fall die App. Link oben in der Videobeschreibung. Und ja, jetzt auf geht's Messi. Messi hat einfach auf Browns gezogen. Zu krass. Ronaldo und Messi. Wir sind schon 1.000 Jahre am Aufnehmen. Es ist so dunkel. Ich habe die Kamera einfach nur hell gestellt, deswegen flackert es auch so. And the winner is Mati Messi! Ich hoffe, euch hat die Toti Fußball-Change gefallen, Leute. Abonniert Mati auf Instagram. Schaut bei allen FIFA-Youtuber vorbei. Downloadt euch die Fußball-App. Haut rein bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben. Ciao Leute, ciao.